Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in Kobesfeld und zu einem neuen Video von uns. Eigentlich wollte ich einen Gassi-Talk drehen, aber es regnet draußen, es ist nass, windig und kalt. Und ja, da dachte ich mir, nee, das wird nichts. Und deswegen wollte ich es mir einfach gemütlich machen, hier auf dem Sofa mit ein paar Lichterketten. Wie ihr bereits im Titel gelesen habt, geht es heute um das Thema Hunde mit auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich bin echt mal gespannt, wie eure Meinung da so ist. Ihr könnt sie ja im Laufe des Videos in den Kommentaren schreiben. Und ich denke mal, dass sich da vielleicht auch die Meinungen ein bisschen spalten werden. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich wollte nur vorweg erzählen, dass es halt in diesem Video nur um meine Meinung geht, beziehungsweise um Sascha so meine Meinung. Also damit soll sich jetzt keiner angegriffen fühlen. Also, wir sind tatsächlich keine Fans, Hunde mit zum Weihnachtsmarkt zu nehmen. Also ich muss selber sagen, ihr kennt das doch bestimmt, oder? Ihr geht auf den Weihnachtsmarkt, die ganze Menschenmenge, es ist total voll. Manchmal ist es sogar so voll, dass die Menschenschlange, dass man dann halt selber kaum Platz hat, überhaupt da lang zu gehen. Die Menschen machen auch irgendwie keinen Platz, es ist sehr eng, dann bleiben mitten Menschen auf dem... Also, ich weiß nicht, dann bleiben die Menschen einfach mitten auf dem Weg einfach stehen. Oh, da könnte ich aber ausrasten. Und das ist für mich dann sogar schon manchmal einfach schon zu viel. Wo ich mir dann so denke, wie wäre es dann erst recht noch mit dem Hund? Also, die ganze Menschenmenge ist für den Hund schon, ja, eigentlich schon eine Ausnahmesituation. Weil ich glaube nicht, dass es auch vorkommt, dass euer Hund jeden Tag bei so einer riesen Menschenmenge unterwegs ist. Deswegen kennt ihr das schon nicht. Das ist schon extrem viel für ihn. Und kriegt ja das ganze Gewusel mit, die ganze Menschenmenge. Dann auch noch die ganzen Gerüche von den ganzen Ständen. Natürlich wollen dann Hunde überall dahin und dahin, weil das riecht ja auch total lecker und so. Aber die Hunde kriegen nichts. Also, die kriegen ja nichts davon ab. Und dann die ganzen Geräusche, die auch natürlich entstehen durch die ganzen Stände und so. Also, ich denke einfach, dass es viel zu viel Stress für den Hund ist. Also, ich würde mich tatsächlich, glaube ich, auch beruhigter fühlen, wenn ich ohne Hund durch den Weihnachtsmarkt schlendere. Dann kann ich mir alles in Ruhe anschauen, kann mir vielleicht sogar Schmalzkuchen kaufen. Wenn ich jetzt Kobe mit hätte, also ich muss sagen, ich glaube, ich könnte das gar nicht richtig genießen. Ich glaube, da liegt es auch nicht daran, wie gut euer Hund erzogen ist oder auch wie nicht. Ich glaube, es ist trotzdem für jeden Hund stressig. Ein Hund hat auch, glaube ich, ja nicht so viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt, sage ich mal. Weil, was kann er denn da großartig machen? Nichts. Er kann die ganze Zeit nur höchstens Beifuß laufen. Er kann auch nicht mal frei laufen. Er kann noch nicht mal fünf Meter weg laufen, weil die ganze Menschenmenge da ist. Dann wird er vielleicht auch noch von anderen Menschen übersehen und vielleicht sogar auch getreten. Also, ich weiß ja nicht, aber kann ja vielleicht passieren, je nachdem, wie groß euer Hund natürlich ist. Weil ich glaube, wenn man einen Chihuahua hat, den sollte man dann vielleicht sogar auf den Arm nehmen. Also, der arme Hund dann auf jeden Fall. Aber ich meine nur, er kann ja auch dann nirgendwo so sein Geschäft erledigen. Weil, wenn er irgendwo dran gegenpinkelt, das sieht man dann natürlich auch nicht gerne. Denn andere Menschen, die keinen Hund haben, gucken sich dann nur so komisch an, wie, was macht der da? Wieso unterbindet er das vielleicht nicht? Und sein großes Geschäft kann er eh nicht erledigen. Oder man muss es natürlich wegmachen und dann irgendwo einen Müheimer suchen. Also, ich glaube, es wäre einfach entspannter für einen selber, wenn man seinen Hund halt für die paar Stunden zu Hause lässt. Also, wir sind eh nicht so die Weihnachten... Also, ich liebe Weihnachtsmärkte und ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte, weil ich liebe Schmalzkuchen. Ich liebe seit neuerdings jetzt auch diese Erdbeeren mit Schokolade überzogen und so. Und ich gehe total gerne auf Weihnachtsmärkten, auch erst recht diese geile heiße Schokolade mit Sahne. Und ich finde das auch immer alles total gemütlich und so. Aber wir verbringen da jetzt nicht fünf Stunden. Also, wir sind da höchstens zwei Stunden mal oder so. Plus dann noch die Anfahrt, Hinfahrt, weiß nicht. Also, wir schlendern einmal rum, dann schlendern wir nochmal einmal rum und holen uns dann alles. Und dann, wenn wir nochmal Bock haben, schlendern wir nochmal einmal rum und dann fahren wir eigentlich irgendwann nach Hause. Und natürlich unterhält man sich dann, vielleicht trifft man auch jemanden und so. Aber ich weiß nicht, so lange ist der Hund ja dann auch eigentlich gar nicht alleine. Und ich finde, in der Zeit kann euer Hund dann einfach zu Hause sein. Hat in der Zeit seine gewohnte Umgebung, hat sein Essen, hat sein Trinken, hat seine Ruhe. Und ja, einfach den ganzen Einladungsstress nicht. Also, ja, so sehen wir das halt. Aber wie gesagt, ich bin echt mal gespannt, wie eure Meinung da ist. Weil wir tatsächlich immer noch ganz viele Hunde auf dem Weihnachtsmarkt sehen. Deswegen, ich bin aber echt mal gespannt, was die sich dabei denken. So, ja, lass mal auf dem Weihnachtsmarkt. Ganz gemütlich lang gehen. Aber da muss ich ja mal einen Hund mitnehmen. Also, ich weiß nicht. Also, ich will da jetzt auch gar keinen mit angreifen oder so. Aber mich interessiert echt mal eure Meinung. Deswegen schreibt das mal gerne in die Kommentare. Und ich glaube, jetzt habe ich auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Deswegen ist das heute mal nicht so ein langes Video. Ich finde es trotzdem dennoch eigentlich so unwichtiges Video. Und das ist ja auch ziemlich aktuell gerade. Deswegen, ja, war es das eigentlich schon, ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht habt ihr auch die ähnliche Meinung wie wir. Ich bin echt gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Und falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann ändert das doch gerne. Und abonniert uns kostenlos. Das würde uns sehr freuen. Und dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, ich hatte hier übrigens die ganze Zeit ein Knochen von Kobi in der Hand. Danke. Danke.